Schalding-Bakari-Buch-Mech ist voll fertig und wenn nicht... ...wär es um so lustiger... Nein! Du bist direkt in Team Grünen gegangen, ey. Sehr schön. Ich bin noch nicht drin, aber... Shit, ey. Ich hab nur gesehen, du bist nicht rosa, also musst du grün sein. Es gibt auch eine dritte Möglichkeit, ich bin gar nicht nervig. Hallo, gib mir nicht hier. Rande, ey. Ich bin noch nicht und hab keine Lust. Nein. Ich wollte nur Hallo sagen. Genau. Tschüss. Nein, ich wollte nicht Hallo sagen, ich wollte Hi sagen, ja. Ach so. Ja, ich dachte mir, dass du den Text wieder nicht hier bekommst, also hab ich schon mit dem Hallo gerechnet. Okay, das... Du ist das möglich, ja. Ja, das ist schon... hab ich schon stark mit gerechnet. Wie weit bist du mittlerweile in Hall-O-Dite, ey, ey. Du, wo bist du mittlerweile? Ähm, gute Frage. Nächste Frage... Ähm, wie lange brauchst du noch bis drittes Spiel? Keine Ahnung. Also ich... Ich finde das Spiel, wie gesagt, sehr verwirrend. Ähm... Den hab ich jetzt noch mal gemacht und jetzt hab ich, glaub ich, diese... ...drei Statuen gefunden. Ah... Keine Ahnung, wo du redest. Nein, äh... Nee, doch noch weiter. Okay, also ich hab keine Ahnung, wie weit das entgegen ist. Also anscheinend bin ich ja auch einen komplett anderen Weg gegangen als du. Ja, du bist ja echt nicht in der Lobby, hier... ... schwimmt einer rum mit nem Reisshut, wo du nur einmal, ey. Nein, du bist... Er ist auch der Eintritt. Tschüssi ihn, los. Mach' ihn fertig, mach' ihn aus. Erstmal fertig gemacht, ey. Ach so, ja, mei, ja. Wo ist dieser Haribo-Faker? Du bist nicht, das ist bestimmt der richtige Haribo. Du bist ja nur Haribo. Das ist ja so. Du hast ja den ersten Top-Flapen heute verkauft. Oh, ha, wie ein nice Katschuh. Ach, stimmt, die ist selbst gemacht. Ja, genau. Los da! Tüti! Tüti! Da heißt... Leshy... 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 Guy... Ja, ich hab' mich umbenannt. Damit... damit ich... ...nicht so auffahren hab. Ach so. Voll der doofe Name. Nicht mal. Oh, kack, ich kann der Blaster nicht. Okay, und wo... Also du bist bei den Stadion, das heißt, du bist da bei einer Motte, ne? Motte? Also ich hab' die Stadion gefunden, ich hab' die noch nicht angesprochen, also da konnte man nicht weit gut machen. Ach so. Ich hab' ihn nur gesehen und dann war's okay. Aber bist du noch gar nicht bei einer Motte? Hast du noch? Wahrscheinlich nicht, Mann. Hm... Machen wir denn das? Ich hab' das... Weiß ich nicht. Leid, okay, dann bist du bei dem Stadion, aber ich glaube, dann weiß ich, wo... Okay. Wo eigentlich hätte ich mal richtig Bock wieder so... Oh, oh nein. Schon, schon... Das stimmt. Und... Mach' da Mio Game Plus irgendwas. Ja, genau, ich mach' einfach Mio Game Plus. Ja. Oh, da bist du schon 68, ey. Ja, tu bleibes, ich hab' im letzten Jahr Hollow Knight gespielt. Ja, jetzt hab' ich wieder die Chance aufzuhören, ne? Aber woher geht der gar nicht? Am Samstag schon 68. Samstag haben wir gespielt, ne? Ja, aber da seh' ich so dein Level nicht, ähm. Ach so. Im Liga-Kampf-Lobby, da sieht man ja immer nur die Waffe, die du hast. Ich glaub' da seh' ich das nicht so gut. Ich glaub' da ist ein Zeitfenster. Hier, ich seh' das immer nur ein Turf-Wohr. Interessant. Ich hab' das letzte Mal, wo ich aktiv dein Level erweicht letzte Woche. Dienstag. Ich will überlegen, wie ich das mache, wenn ich, ähm, weil ich, ähm, ab, ab, ab. Oktober? Oktober, ne? Ja. Oktober. Ja, oktober, wenn ich den Dienstag, dann würde ich ja den Dienstag, den Spring frei machen und auf Freitag kriegen. Mhm. Boah, ich weiß gar nicht, wie ich das dann mache, aber was ist da, ähm, 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 Splatoon war nicht das, ich glaub' das könnte ich alles abends machen. Oder ich könnte montags Splatoon und Mario Kart und Smash dann, weiß ich nicht, weil dann kann ja dann zum Schluss einfach, weil ich hab' ja gesagt Open End und wenn, dann, weiß ich nicht, dann kann Selina vielleicht sogar da dazu kommen. I don't know. What? Was ist das denn? Okay. Mh, das war meine Überlegung. Ja. Ja, halte ich den Tag. Ähm, ja, ich wollte dich eh fragen, was du denn, äh, Getereifreitags dann machen wolltest, aber, das klingt ja eigentlich auch nicht schlecht oder so. Ja, da könnte man das jetzt so, so als, ich weiß nicht, dann hätte man so, so ein, quasi so, 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 so Smash-Freitags. Und, oder Mario Kart, kann man ja aussuchen. Stimmt, ja. Also je nachdem worum von, würde nicht so rumschreien. Danke. Ja, wohl gerne. Ich sagte, ja, gerne. Achso. Ja, die echten Reichshut auf. Ja, wie gesagt. Warte, Mann. Hä? Das ist gar nicht mehr da. Wie bist du? Der hat so der Erdschut gewechselt. Achso. Nicht. Zumindest war das kein Reichshut. Ja, ich hab' ja gesagt. Geheiß der, Geh, Geh, Sai. Na, Irgendwas wird vom Weiß, ich hab' nicht auf den Namen geachtet. Tut mir leid. Ich sucht den mit der Airbrush. Ach, hier ist einer, der macht gerade die Kuckuck. Und? Also es gibt, glaube ich, zwei Männer, ja so liegt der fall diesen reißen weil er auf das weiß ich nicht da ist er ja komm gut an und mit der gut ja es ist der der dann einfach gewechselt tatsächlich machen so war ja immer dieselbe was wir ich hoffe wir sind bei den mann bei die kugel hast du ja auch ich weiß das scheiße muss ja nicht unbedingt sein dass ich der happy ohne und so leil so lustig ich habe immer gute ideen hallo so am besten also mit einem rechtschreibfehler oder so einfach hat er ist ja komplett also die schreibweise jetzt das nicht oder so wie ich brauche bald es gibt jetzt einfach hier erd was hier das ist auch wieder so ein fall für you had one drop der alle alle bei den wir hatten centerparks bilder gemacht wir mussten unseren teams halt aufteilen und von bisschen sachen bilder machen und ich glaube dann gab es halt so ein bild machen von dem schild oder vorgestellt also selbst von bestimmt also hat bingo davor gestellt macht das stand wir von schild und alle haben so die hat irgendwo hingezeigt weil es halt so ein pfeil war damit die mit der hand mit und ich fand das lustig einfach genau auf der anderen seite die andere richtung zu zeigen so und hat der motto i had one drop sowas trau ich mir echt zu ich weiß gar nicht müssen das bildet oh ja ich würde sie kugel wie jetzt einfach mit der ich habe schon tausend punkte hallo ich habe 1700 ich sehe es im stream aber okay der ist 2 der kraft fang mich auf nein du wirst sterben doch ich hab den bett glaube ich ist flash mitgenommen die verdient kommt das ja beide ging drauf ist euer kunst gleich mächtig aber ich bin zuerst getötet dann hat sein team mit mich geht das ist so mächtig was oder ist entehrt schein über sein oder schon über seine kuh ja gerne gut zu haben wenn der ender ist das sind kühe heilig und dann hätte er keine scheine rübergebracht weil das wäre ja doof ich dachte du wattest tausend hallo dass du mir das geglaubt hast ich dachte schon ich stehe das gar nicht auf oder so das ist immer nicht so zu Boah, ey. Warum nicht? Ja, dafür musst du wieder mitmachen. Ach man, warum nicht? Warum? Wie ganz so toll das ist. So, das war ein Never-Tros-Tari-Poll. Boah, dieser Clip von Sky da gestern. Ja, ja. Ich hab mich so oft angeguckt. Ey, den fand ich auch gut. Boah, ey. Irgendwann ein Hashtag hattest du gesagt? Und dann weiß ich es gar nicht gleichzeitig. Bitte? Hashtag Neverlucky, hab ich gesagt. Ja, genau. Hashtag Neverlucky. Hashtag Neverlucky. Boah, das ist... Das war quasi Teamwork. Das war quasi. Das war quasi. Oh, mein... ... 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 rechne okay gut das gehen okay nicht gut nein ich habe einen neuen freund wir haben uns schon was ja schon 3,14 und das wahrscheinlich zehnmal ich habe heute so ein scheiß gehört im radio von wegen die wird nicht nur zum berechnen von zahlen sondern die wahrheit ist eigentlich ist es die sind das die koordinaten zur werkstatt von optimus prime weil wenn man irgendwie keine ahnung weil sie nicht die die ersten fünf ziffern eingibt die koordinaten in google maps dann kommt man in der gibt zeigt das ägypten an und das war der zweite teil von transformers und zwei buchstaben die prime vorkommen also optimus prime so richtig und das glauben leute echt das ist eine verschwörungstheorie parodie einfach die verarschen da aktuell einfach die ganze verschwörungstheorie einfach und machen dann halt ich glaube ich jede woche dann immer wieder so scheiße und diesmal haben sie einfach das mit p veralbert aber finde ich gut ich finde dann sollten wir real machen stetigen kennst du hast du die traumafilme geschaut wie's oder nicht interessant mich interessiert sind die chance wer hat keine transforme ja weil sie zur beschwörung ist also verschwörung dachte ich soll es dann ach jetzt war es gar nicht so gut als reichs gut es gibt auch so team boni network cool wenn wenn es man die monos für die hessischen kopfbedeckung gibt wer das ist wenn er dabei der schieden bewegt dich oha dank ist bestimmt enttäuscht nein ins gesicht bekommen ich war noch dass der richtige harry brotten ständen kommt der der faker vielleicht wieder die waffe wechseln kann und ich habe das nachmachen also gleich also jetzt jetzt alle gleiche oder sogar einfach ich glaube da habe ich mindestens einen spieler gekommen und habe ich habe sogar für die kugel für dich gewöhnt nein doch habe ich wirklich aber die kamen und ich habe ich sage einfach gar nichts mehr ich weiß nicht warum ausrufen es war so gut passen versteht das einfach ach so ich dachte nein lass mich nur okay dann 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 werde ich dich jetzt dieser runde nicht mehr abschießen nein ich wollte mal regen werfen und ich wollte es auch nehmen und dann in die damen und dann wäre dieses ding geflogen und dann hätte es gelegt cool cool mit der genklappe so ach so was bloß ist noch da gleich ist auf dem ja auch schon gesehen schon in der letzten ja ich hab nicht ja ja weil das leistet das ist halt so der unterschied zwischen mir ich habe ich hab's halt drauf er wird einfach weg ist bleibt was ist damit diesen hier drei sternen alle er ist unterschriften fälschung ist kein original das ziel of quality von den ende also das fleißstern was man damals aus aufgaben bekommt man seiner aus aufgaben brav gemacht hat ja das hat er sich selbst gemalt damit man mal sich dachte wow der ja so cool und er sich dann ins weise gesagt jetzt müsste man mal wieder reinkommen das wieder in einem oder bist du immer noch bei der das musst du sein wo bist du komm hier werden wir die ganze stelle was wachsen jetzt trotzdem aufgemalt okay hi donnie Nein! Nein! Scheiße. Ich dachte, der Regen nimmt irgendetwas. Hm. Nein! Nein! Hat er ein Schild gehabt, ey. Das kam gerade rechtzeitig so. Ich dachte erst, dass es gerade dein Schild gewesen wäre. So ein bisschen wuschelt, oder? Aber, naja, gut. Ich glaube, ich habe noch mal Glück gehabt. Hashtag mir wohl noch. Ey, ich denke mir, das war Starry Boy. Ich habe gerade wieder festgestellt, ja? Nein! Nein, ich treffe dich nicht. Geht doch. Boah. Boah. Nein! Nein! Ich glaube, du bist einmal getroffen, oder? Doch, einmal, glaube ich, hast du getroffen. Mach ich mal eh. Ich hätte die Bomben beschrieben. Ach so, ja, das sollst du vielleicht machen. Das sollst du vielleicht machen. Das sollst du machen. Ja, wir sind extra. Das sollst du machen. Das sollst du machen. Oha, Hikaru. Na, Splashy ist noch da. Der zieht uns durch, glaube ich. Ja, wenn Splashy geht, bin ja auch. Ohne Splashy ohne mich. Okay. Ich hoffe, Splashy bleibt jetzt die ganze Zeit wieder mit zu. Woh, das war gruselig, ey. Aber theoretisch ginge das. Theoretisch. Ja, zumindest. Ja, ja. Zumindest bis 20 Uhr wird das gehen. Dann wäre er weg. Ja, ob ich trotzdem versuchen, in eine neue Lobby reinzugehen. Auf welches Splashy geht? Ja, ich schicke eine Freundschaft an Frage. Stalking. Ich spiele überall mit, wo er mitspielt. Der Splashy geht auch. Ich habe Splashy hat jetzt einen Sniper gibt. Ich spiele es gleich auch Sniper? Ja. Ich bin so richtig gut ins Sniper. Boah, wenn man Sniper nicht hier kann, wird man kennt schon. Man wird dann einfach nur gesplattet. Also, ich werde nicht. Ich kann ja auch Sniper sehen. Ich spiele es beides Sniper. Ja, sagen wir dann. Zins. Ich schätze dich. Hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Du hast beide kaputt gemacht, ey. Ich hatte keine Tüte mehr. Ich bin so richtig gut. Ich bin so richtig gut. Ich bin so richtig gut. Nein, ey. Nicht mal als T-Mail, ey. Nicht mal als T-Mail, ey. Ne, was ist das 결che? Ich habe gedacht, wer echt mal. warte ist das so richtig dumm, ich beschütze die beiden rot, aber ich habe keine Tinte mehr selber habe damals in der patik das war auch genau so vorher wenn so ein kollege nebenan frage herr was kann ich von dir abschreiben ja klar kein thema aussieht sich darüber auch ich mach dich gerne fertig ich glaube vielleicht deswegen kriegt man die silber ich werde einiges ich verstehe auch manchmal diese reichweite von diesem stamm nicht sich verstehe wollte ich schlafen dankeschön für den klipp und boge was geht schon so das ist gut bei dir okay wie war dann die ja ja okay du warst gerade ganz gut weg dann nochmal okay das jetzt gehört das ja ich glaube du wolltest fragen bei den dienstag oder war so wie war dann die und dann war das dachte ich mir schon blüht ja schon mal der punkte ja ja das ist richtig bei mulan da nennt euch für die ganze zeit dieses pferd immer kuh so komm mit du kuh und alles oder wird so verständlich weiß und die grille bringt kein glück lass mir ran du bist scharf guck mal jetzt spielen wir bei der lieblingsfarbe was 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 sagen wir beide spielen jetzt in unseren lieblingsfarbe blau ich weiß hast du dann nicht gut haben ist cool weil es kann überlegen rosa ja grün verstehe ich nicht aber das fände ist ja grün ist ja wirklich krass da war ja auch was ich bin wirklich immer immer ich bin die ganze zeit die ganze zeit fertig vor allem wenn wir mein team sind es damals nein darüber macht mich nur fertig wenn er mit meinem team und bei uns pokies auch alles und freundlich dass bei dir gut ist weiß gar nicht pokies spielt ausblättern oder war dann immer ja da sieht aus als würde pokies blättern oder eine halbe stunde spielen wir noch mit dem pokers kannst du dazu du hast nur haribo nicht vertrauen da lässt dich eiskalt im stich ey da lässt dich eiskalt im stich ey selina hat sich ja grad schon bei sherox geärgert dass haribo heiß weil es nichts macht ich habe einen dj ich habe einen dj ich bin schicher dabei gewesen ey scherungs passt einfach perfekt zu haribo wissigerweise habe ich echt da noch glaube ich noch hier so was gesagt wie ja geht mir auch immer so wenn ich mit haribo spiel ja da war market ho mich ist wichtig seit 2000 auf der web Ah, der erste Teil, ah, der war, das hat mich damit noch nicht so gecatcht, aber das lag halt darin, weil ich halt alleine gespielt habe. Und da ist halt kein, also der hatte zwar einen lokalen Mehrspiel, aber der war scheiße, der ging nur für zwei, der zwei würde Ballons abschießen. Und wenn er meist Ballons abgeschossen hat, hat er gewonnen. Möchtest du dann wieder so ein Muster, den ich eigentlich alleine lassen? Möchtest du mal wieder, ob ich was machen möchte? Äh, ob du so ein Nostalgie-Feeling haben. Nostalgie-Feeling? Mhm, dann kann ich dich wieder alleine lassen. Achso. Du hast ja auch mal gespielt, immer. Achso. Ja. Weißt du? Ja, ich meine, er hat mich leider damit nicht so gecatcht, aber das Spendung war damit schon ganz cool. Ich habe aber auch nur Revierkampf gespielt, weil so, weil ich glaube, das war wie bei dir einfach. Ich habe einfach damals auch nur das Bett und so ein bisschen so alleine gespielt und mal viel. Und, ähm, ja, ich glaube, erst gegen, wo ich dann in die Community reinkam, bis sie in der Splatoon gespielt habe, habe ich mal mitgemacht. Und dann in Splatoon 2 dann richtig da, wo ich jetzt, reingestopft. Das ist doch im Teil der Prozess im ersten Teil. Boah, ich muss mal sagen, der Splatoon 2 hat ein wichtiges Spiel. Hm. Ich kann einfach mal nicht sagen. Ja, das ist nicht schlimm, ähm, so lange du in der Fliege hast. Machen. Sogar nicht. Hast du mich das glaubst? Warte, Kollege, ich habe dich gerade fertig gemacht, äh? Und dann flammare es aus der Arena zurück. Oh, dann kriege ich ja mein Pokémon auch wieder. Endlich irgendwie, dann bringe ich mir endlich dieses scheiß Magnet-Ding. Sogar. Achso. Okay. Das Story-Modell muss sagen, ich fand den, weil, sowohl als auch, ich weiß, ich fand den genauso, so, ich muss sagen, den ist neum, oder das hat mich aus dem ersten Teil, habe ich gar nicht so krass im Kopf. Oh, da war Dad. Dadi. Dadi. Na, los, die Meldt, warte, okay. Weil ich dachte, es gibt jetzt auch, das wäre dann das, weil ich mich heute schon enttäuscht habe. Aber nein, nein, es gibt nur einer, der mich enttäuscht. Voll gerne. Na, ey, mit nicht, ey. Triple kill. Let's go. Nein. Jawohl, killings mir ruiniert, jawohl, puh. Und das war gerade so mein Ziel, der hat sich so gefreut, da dachte ich mir vorerst Mario bequillen. Hast du mich gesehen eigentlich? Ja, du bist ja da weiter geschwommen und ich bin zur Strombrühe gesprungen, von der du ignoriert hattest. Ne, dann verstehe ich dieses Tintenfisch. Wie heißt das, wo ich mich halt in der Tinte verstecken kann, dann verstehe ich. Ich habe mich ausgedacht. Du darfst mich eigentlich nicht schwimmen gesehen haben. Nee, 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 schwimmen habe ich dich nicht gesehen. Ich bin dir einfach nur hinterher gefolgt. Achso, ich habe das nicht schwimmen gesehen. Nee, nee, das habe ich nicht, aber ich habe ja am Ende, wie das siehst du ja nochmal, wo du zuletzt warst, wo du mich gekillt hast. Und dann bin ich halt zu der Sprungbäuhe in der Nähe hingesprungen. Achso, die Sprungbäuhen sorgen dafür, dass ich dich auf der Map sehe. Auch. Und dann bin ich halt da hingesprungen und bin dann einfach hinterher gesprungen, also so hinterher gesprungen. Früher oder später musstest du sie halt auftauchen. Ja, der schützt sich schon eigentlich, also er ist echt gut, ganz, 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 ganz gut. Splashy ist by the way weg. Nein, alles klar, ich bin schon schon ab. Nein. Du, ich bin, du. Ja, einfach so. Was ist Splashy or me? Der im Zweiteil war kürzer. Sicher? Ging dir nicht länger? Ich habe irgendwie den ultralange Bosskampf in Erinnerung. Aber es kann auch sein, dass es der erste war. Ich muss gerade überlegen. Ein Bosskampf braucht wie vor super lang. Wo ich mir dachte, boah, wie vieler war, sagt er. Wie ich das geschafft habe. Wie viele Spielstunden hast du, Boki? Welches Landwirt bist du denn? Also, stimmt, ja. Das wäre, 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 das wäre das erste war gut verlangen, wahrscheinlich. Ja, gut, dann, dann habe ich das, ich habe nur irgendwie einen Bosskampf wie in Erinnerung. Also, ich habe zu über 1200 Spielstunden Splendung. 250. Achso. Hm. Stufe 37. Okay, gut, ich habe 1200 Spielstunden. Das war noch schneller, ne? Ja, dann steigt man schneller, weil du halt mehr Fahrt mitgebracht hast. Hm. 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 Was für Waffen spielst du so? Wer, wenn du mir mein'n Sniper-Gill wegst? Ja, du, ey, wenn du schon so lachst, ey. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich hab's irgendwie geschaut. Von Gerda. Ey, nicht mal als Team-Mate, ey, kann ich dir vertrauen, ey. Ich bin so, so in Amongas wäre ich seit drittem Oster. Ja, Amongas würde es nicht sabotieren, ey. Da wär's doch Lala Leiche gefunden, wieder umbrennen. Nop, nop, nop. Nop, nop. Nop, nop. Nop, nop. Nop, nop. Nop, nop, nop. Nop, 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 nop. Nop, nop, nop. Das war nicht gut. Oktocleck verhellen Roller und den Verser. Okay? Oh, 재hは色 Cancel ne rad ist. Das klingt schufrig. das ist auch cool ich glaube dies auch super stark denn oder das ist genau der klassische rolle auch und helden rolle ist uns gehen also der exakt ist auch so ein skin für den wir sind aber auch stark werden werden so häufig in meter gespielt habe ich das gestellte spielen sowas wie den wandschrauber spielst du auch manchmal manchmal kann man ja ein bisschen abwechslung rein ich bin da sehr langweilig doppelwaffe regeln ich weiß ja sag du also ich wollte nur sagen ich weiß nicht ob ich im teil bei den doppler bleiben oder zum wächsler so wenn mal gucken was sie da für waffen haben sich mal schauen da bin ich auch der bogen sachen meistens er hat schon was ich sage ja ich weiß ich kann mir den seit zwei paar vorstelle so dass er jetzt schießt und vielleicht mehr schluss mal sehen wir auch mal ausprobieren möchte und ich glaube das wollte ich schon zu ließ damals vielleicht probiere ich das gleich was nicht im regenschirm ich wollte sagen die balle sind wollte wie war das mit never trust haribo aber aber ja 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 das wird mir nicht zu weil ich nicht einmal kommt zwar selten vor wenn es wenn es wichtig ist ich habe ich gerecht ich habe beide gekillt da war sie ist da wo alles klar dann 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 bin mal weg ihr solltet die dann dann einen schönen abend noch einer schlaf noch einen schönen abend und ansonsten ruft es das kann jetzt klingt aber recht stressig bei dir also falls du irgendwie morgen überreden magst du sehr sehr gerne ansonsten hoffe ich ist das nichts schlimmes morgen früh werden kalender bestellt ist ja schon bei september ich habe glaube ich schon lange kein september bringen sie dann dir auch noch einen schönen abend und nachhoffen ja schönen abend einer ich wollte ja eh die waffe weg sind Ja, ist das ein neues Design oder dann wieder alt? Es gibt ja noch, achso, hier, es gibt ja noch den Hero Shots, das ist auch hier der Klexa, den gibt es im Story Mode, also gut, okay, wenn du jetzt sagst, du hast den aus dem Dingens, wo ist der überhaupt? Aber es gibt ja quasi den Klexa dreimal, ne? Ja, das stimmt. Oh, scheiße, keine Zeit. Wo ist denn der Regenschirm, wenn ich wollte? Nein! Zu langsam. In ein paar Monaten weggehen, oh boy. Dann hoffe ich, dass es nicht schlimmer wird, aber... Na, gute Besserung, dann auch weiterhin. Ja, aber man... Vielleicht war es halt echt verheilen, ne? Ja, ein paar Monate ist es heftig, ne? Aber das Gute ist, ich habe jetzt nicht die Waffe, die ich gerade fast ausgewählt hatte. Also, ich habe wieder meine Klexa, das gut. Ja, die also gar nicht... Ich hatte erst überlegt, der muss... doch noch eine Wanne zutreten können. Ich wollte... Ich habe zu sagen, eigentlich hättest du... Ich hätte mich halt mal schon aus Prinzip entscheiden müssen. Ja, aber da habe ich gesehen, okay, sind nur noch zehn Minuten. Ich möchte mindestens so für so ein, zwei Matches noch die Drehenspielen. Wenn ich jetzt die Wanne wähle, ist so voll doof, weil da habe ich keinen, gar nicht von beiden, ey. Ich wollte gerade von zwei Hamster reden, dann überrollen. So, ist okay. Oh, dann Schira, auch dir einen schönen Abend, richtig schöne Grüße aus oder so kann man das sagen. Ich weiß nicht, gut nur, aber ich habe jeden Fall. Und, ähm, nein, natürlich auch, danke, dass ihr, ihr da wart, auch Anna nochmal, an Anna hat das Gefühl, dass ich da wart. Bis zum nächsten Mal. Ja, next time. Mmh. Ähm, miss, 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 miss. Also, ich bin beim Team. Ja. Nein. Ich bin immer. Ach. Ja, ja, ich bin immer. Ich bin immer. Haha. Nichts mit dinden, Jacques. Oh, noch in Begriff. Ja, ein Eisen Eis in 1. Ich wollte aber schnell gleich den Schirm aus mir nicht mehr den Haken. Es gibt drei Schirmarten. Eines so ein Campingzelt eigentlich so richtiges Zelt. Das ist so. Der ist so richtig zum Supporten. Und der andere mit dem. Ich wollte diesen Regen. Du willst nur machen. Ja, ne, ich wollte diesen. Der auch schießt, wenn du ihn aufklappst. Ich kann auch beide mal probieren. Undercover? Weißt du nicht so? Stimmt. Scheiße, zu viele Waffen, ey. Da war der. Ich kann ihn schon mal ausrüsten. Also gab es. Gibt es nur... Äh, es gibt noch mehr als... Das weiß ich nicht. Naja. Ich glaube, das wäre die letzte Runde. Aber das ist okay. Dann würde ich das einmal mit dem Regenchen gespielen. Und gucken, wie lustig das ist. Aber wir spielen gehen. Ich hoffe, du bist mit Kindern. Und auch gegen die Spiele. Nein, du... Ja. Stimmt. Aber wir den Held ist schon cool eigentlich. Hm. Hallo. Ich wollte gerade sagen, wir gehen. Wir haben alle da rumstanden. Und... Wie ist das? Ich bin immer alleine unterwegs. Ja. Ja. Alter, ich habe keine Tinte mehr. Nein. Hinter mir. Ich habe keine Tinte mehr. Nein. Keine Tinte mehr. Ich wollte den Kill klauen. Das war sch hier. Also der Halter Held, glaube ich gar nicht so Auff Virtuales in ich lab. Aber der ist okay. ich glaube ich möchte echt mal die regen ich fand ihn damals ganz cool weil er auch so fort also dann kann ich zum beispiel so sagen wie den vorgab ich behalten oder so dass wir auf jeden fall also die anderen also so wie wirkampf kann ich mir die auf jeden fall mal geht ihn nicht an nicht angenommen das oder weihnacht ja ich dachte ich hätte ihn getroffen ich kann auch nicht zielen was ist das wäre so meine wache rolle schwappen aber dafür werfen ich habe der geht einfach na gut okay schade aber ich glaube mit dem ich glaube das schießt mir zu lange wollen wird schnell wird man auch etwas ja genau genau das ist halt der witz daran man hat diesen schirm der schützt ein so ein bisschen dieses camping zählt ist richtig gut das schützt einfach dann erst mal diesen bereich das richtig gutes so